1945. Im KZ Dachau herrschen unvorstellbare Zustände. Von überall her kommen die Todesmärsche. Baracken, die ursprünglich für 300 Häftlinge gebaut sind, müssen die dreifache Anzahl aufnehmen. Typhus und Cholera sind im Lager ausgebrochen. In dieser Hölle schreibt ein Inhaftierter einen Brief an seine Schwester. Die Strahlen der wärmenden Sonne der Liebe des allgütigen Vaters sind doch stärker und triumphieren. Denn unsterblich ist das Gute und der Sieg muss Gottes bleiben, wenn es uns auch manchmal nutzlos erscheint, die Liebe zu verbreiten in der Welt. Es ist sein letzter Brief. Am 2. März, acht Wochen bevor die Amerikaner das Lager befreien, stirbt er, weil er bereit ist, für diese Liebe sein Leben zu opfern. Würzburg. In der Stadt, auf einem Hügel gelegen, steht das Seminar der Missionare von Marian Hill. Hier beginnt Engelmar Unzeitig, sein Studium der Theologie und Philosophie. Es ist der vorläufige Abschluss einer Entwicklung, die schon im Elternhaus im Sudetenland begann. Die Eltern, tiefreligiöse Menschen, haben den kleinen Hubert geprägt. Die Lektüre einer Marian-Hiller-Missionszeitschrift weckt in ihm missionarischen Geist. 1934 wird er Novize. Ich fühlte mich gedrängt, in Christi Dienst zu treten, zur Rettung der Menschenseelen. Durch die Marian-Hiller-Zeitschriften und Kalender auf die Mission aufmerksam gemacht, beschloss ich, mein Leben der Bekehrung der Heiden zu widmen. Nach dem Studium wird er 1939 in der Herz-Jesu-Kirche zum Priester geweiht. Noch während seines Primizurlaubs bricht der Zweite Weltkrieg aus. Nach einer ersten Pfarrstelle bei Linz kommt er nach Glöckelberg im Böhmerwald. Im Religionsunterricht oder bei seinen Predigten benennt er das christliche Menschenbild, im Gegensatz zur neuen Heilslehre der Nazis. Das eckt bei überzeugten Nazis an. Er wird angezeigt. Gestapo-Beamte kommen und durchsuchen sein Fahrbüro, nehmen Predigten und Aufzeichnungen mit. Der Grund seiner Verhaftung? Heimtückische Äußerungen und Verteidigung der Juden. Am 3. Juni 1941 kommt Pater Engelmar ins KZ Dachau. Der Lageralltag ist geprägt von Schikanen und Hass-Tiraden gegen jene, die als aus der Volksgemeinschaft ausgestoßen gelten. Auch an die 3000 Priester sind in Dachau inhaftiert. In drei eigenen Baracken sind sie untergebracht. An ihnen entlädt sich der Hass der Aufseher und Lagerkapos in besonderer Weise. Pater Engelmar erhält die Anstaltsnummer 26147. Einer unter den Unzähligen. Und doch fällt er einem Priester schon damals auf. Er war einer, der sich absolut nicht wichtig machte. Das gab es sehr viele, die da irgendwie eine Rolle spielen wollten. Ganz still hat er einfach alles mit sich getragen, was er tragen musste. Und eben dieses Bescheidene, dieses sich nicht vordrängen und so, das hat mich damals beeindruckt. So bedrückend der Alltag auch ist, Pater Unzeitig nutzt die Zeit. In einem Brief schreibt er, Vertrauen in den geheimnisvollen Ratschluss Gottes. In dieser Gelassenheit gelingt es ihm, die Monate und Jahre der Unmenschlichkeit zu überstehen. Vier Jahre überlebt er in einem System, das täglich den Tod bedeuten kann. Auch viele der priesterlichen Mitgefangenen sterben in Dachau. Längst ist der Krieg verloren, jetzt gilt es nur noch durchzuhalten. Die Lage spitzt sich immer mehr zu. Von überall kommen andere Häftlinge aus Lagern, die geräumt wurden, um nicht in die Hände der Alliierten zu fallen. Im KZ Dachau herrschen unvorstellbare Zustände. Der Invalidenblock wird mehr und mehr zu einer Durchgangsstufe zum Verbrennungsofen. Als Flecktyphus ausbricht, weigern sich die Pfleger, den Todgeweihten weiter beizustehen. Die Lagerleitung sucht unter den Priestern nach Helfern, die diese Aufgabe übernehmen. Da kam dieser dramatische Moment, wo die Funktionshäftlinge, die im Krankenwehr Dienst starten, die kommunistischen, sich geweigert haben, in die schnell improvisierten Isolierbaracken von den Flecktyphuskranken zu gehen. Da war die normale menschliche Reaktion, bin doch nicht verrückt. Und ich habe, die Hauptsache ist doch, dass ich selber lebendig rauskomme. Man hörte schon die Artillerie von den Amerikanern. Es war praktisch fünf Minuten vor zwölf. Und jetzt da noch zu wildfremden Menschen, die eben das Pech hatten, denen es nicht zu helfen und so weiter. Und da war dann die Tat von Engemar Unseitig das große Ereignis. Einfach aus seinem Glauben heraus, aus seiner Verbindung mit Christus, ich muss das Gute tun. Pater Unseitig steckt sich an. Er stirbt dem Tod derer, denen er in ihren letzten Stunden beistehen wollte. Mithäftlinge sorgen dafür, dass der Leichnam von Pater Engelmar in der Nacht für sich alleine verbrannt wird. Auf wunderbare Weise gelingt es, seine Asche aus dem Lager zu schmuggeln. Zeugnis eines Mannes, der wie kaum ein anderer, um die Worte aus seinem letzten Brief zu gebrauchen, selbst zum wärmenden Strahl der göttlichen Liebe geworden ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017